Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Evolve Among Us. Ich habe jetzt gerade nochmal die Anfangsszene bis hierhin gespielt. Oh! Wo ist mein anderes Geld? Meine anderen Gegenstände sind alle weg. Das gibt's ja nicht. Was fällt mir jetzt erst auf? Ich hatte noch einen Stofffetzen und ich hatte Streichhölzer. Vielleicht sind die nicht wichtig mehr für die Kapitel. Das ist seltsam. Jetzt echt, weil ich das da einmal überschrieben habe, den Speicherstand. Ich hätte einen neuen anlegen sollen. Ich bin so doof. Ah, das ist ehrlich. Naja gut. Viel wichtiger war gewesen, dass ich ja hier mit Toad und DJ reden wollte. Und ich dachte, ich könnte das nicht mehr machen. Aber wo wir reingekommen sind, hat die Schneewittchen mir gesagt gehabt, dass sie bei der Morduntersuchung bei sein will. Das heißt, bei dem Leichnam, den wir gefunden haben. Und hier wollte sie eigentlich gar nicht bei sein. und hat gesagt, wir können die auch danach befragen. Was, glaube ich, auch ganz gut wäre. Also machen wir es genauso wie eben. Und gehen zur Leiche. Ich hätte gar nicht neu laden müssen. Tja. Oh ja. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass der Stofffetzen nicht wichtig war. Das ist aber echt ärgerlich, ne? Wenn es ein Zauber ist, hört er nicht irgendwann auf. Wir sehen die wahre Person. Oder sie ist nicht, wer sie zu sein vorgibt. Was ist das für eine Brosche? Fisch-Symbol, ne? Fisch-Symbol, ne? Schon wieder super abgekattet. Es sieht so aus, wie die Faiths getan hat. Hat Dr. Schweinhardt immer wieder zurück zu dir über Faith? Nein. Er sagte, er wollte mehr Tests laufen. Aber wieder vor deiner Haustür abgelegt. Oder unsere Haustür besser. Hm, warum willst du denn nochmal anschauen? Hm. Wo hat das so gewirkt? Hm. So, sie würde sinken. Oh. Drucken also. Drucken. 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 Sie hat die Hande benutzt? Sie hat das so benutzt? Sie hat das so benutzt. Sehr viel. Ich höre, dass sie nur für die Karten gehen, wenn sie die Beine in ihren Arm. Oder wenn sie schenken die Marken schenken. Insofern. Das bedeutet, dass es nicht ein perfekte match zu den Karten. Unless... Keine Wurde. Vielleicht hat sie versucht, um die Karten zu verhubigen. Warte. If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks, that brooch too? Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It might be a cheap one, just to get the job done. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, man. Da schauen wir doch mal, wir haben einen neuen Eintrag bekommen. Der 13. Fable Towns Hexen und Zauberer. Im 13. Stock des Woodland Gebäudes lebt eine Gruppe von Hexen und Zauberern. Ihre Aufgabe ist es, Fable Town zu schützen. Sie nutzen ihre Kräfte, um die Gemeinschaft vor dem neugierigen Blicken der Menschen zu verbergen. Aber jede Magie hat ihre Grenzen und jeder Zauber hat seinen Preis. Es ist sicherlich nicht beendet, aber es gibt keine Regeln, die es verbergenen. Also, es gibt einen kleinen Markt für Glamours? Man würde so sagen. Ich denke, jeder mit Zugang zu den richtigen Büchern und Training könnte theoretisch einen Glamour produzieren. Noch eine andere Sache, um zu bemerken. Ein schwarzer Markt oder nicht, ist ein ziemlich gutes Spiel. Schau an das. Die Knöpfe sind auch nicht exakt. Es gibt einen extra einen hier. Also, alles präpariert. Sehr seltsam. Sie hat irgendwas in der Hand. So, aufbrechen. Hm, gewaltsam öffnen, auf jeden Fall. Flickerblüte. 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 Hättest du vielleicht doch fragen sollen. Ich setzisch wunderbar. SchwЬig. Ich... Sorry, that took longer than expected. What have you found out? Wisch. Und-and-and-and-and-and-and-and-ne-singing. Hm. Tasche. Noch eine Tasche. Unterwäsche betrachten. Das wird dir, glaube ich, nicht gefallen, wenn ich das tue. Useless. Was ist das? Sie hat das Perfum mit ihr. Es sieht aus, dass jemand es für sie ausgesucht hat. Also, jemand hat ihr Instruktionen gegeben. Hm. Drogen dafür, dass sie so wird wie sie. Sie dann zu töten. Hm. 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 Ich werde versuchen, sie zu öffnen. Es hat etwas mit diesen Räumen hier. Hm. Okay. Kleines Bilderrätsel. Das passt schon mal. Das sind Vögel. Das passt nicht. Könnte es sein, oder? Sieht doch okay aus. Stimmt der hier nicht. Ja. Ah, es gibt zwei Möglichkeiten, ne? Sehe ich das richtig? Wir könnten auch natürlich hier... ... diesen komischen Reh machen, oder Hirsch. Das war schon richtig, das eine Bild, glaube ich. Aber es scheint hier ein zweites zu geben. Mhm. Ein Pferd. Und was bedeutet das? Oh. Rothaarige? Wer ist das daneben? Wer muss das von meinem Apartment genommen haben? Ich wusste, dass es verloren war. Aber ich dachte nicht... Das war das letzte Bild, das ich von Rose und mir hatte. Meine Freundin und ich sprechen nicht mehr. Hm. Was ist, wenn das Rose ist und sie... ...abhängig geworden ist? Und du untersuchst gerade deine tote Schwester? Lass mich sagen. Es ist meine Haare. Ja. Ah, das ist die vom Trip Trap. Ruhe dich, heilige Scheiße. Ja, sie ist ein Troll. Können wir weitergehen? Wer ist sie? Das war nicht da vorher. Wer ist sie? Ich weiß nicht, wie viele Trollen. Ich bin Angst. Sie sieht wie Holly. Der Ehrer der Trip Trap? Nein, sie sieht ein bisschen... Oh nein. Was ist es? Es ist nicht Holly. Es ist... ...eine Freundin Lilly. Sie wurde verabschiedet, aber... Ich habe es nur noch aufgeklärt. Wir müssen Holly sagen. Genau. Wer weiß. Sie weiß, sie weiß irgendwie was über das. Wie Lilly sieht... Well, sicher noch ein Troll. Wir sollten uns den Kopf von Faze nochmal anschauen. Nicht, dass der sich auch zurückverwandelt hat. Wollen Sie mit TJ kurz reden? Ja, ich nehme. Ich würde gerne dich mitbekommen, aber es ist ein Business, das ich brauche. Ich habe eine Frage. Gut, gut. Oh, Frau Snow, ich habe eine Frage. Entschuldigung. Entschuldigung, eine Minute. Oh, das ist genug. Ein Schild, ein Schild, ein Kanzel! Was zur Hölle machst du? Bigby, bist du bereit, zu entspringen? Was ist passiert? Du hast mich vor meinem Junge berührt, dass du nicht vergessen hast. Ich habe dich nicht geschlagen. Und ich habe dich gerüttelt. Ich habe dich gerüttelt. TJ, ich weiß, dass du Angst hast. Aber wir würden gerne darüber sprechen, was du gefunden hast. Und wenn das okay mit dir ist... Es geht um dich, TJ. Willst du uns helfen? Das würde wirklich helfen, TJ. Auf jeden Fall nett bleiben bei ihm. Ich habe dich gerüttelt. Ich habe dich gerüttelt. Ich habe dich gerüttelt. Natürlich nicht. Wir wissen, dass du ein guter Kind, TJ. Du bist nicht in der Probleme. Ich habe dich gerüttelt. Ich habe dich gerüttelt. Und ich habe mich gerüttelt. Und wenn ich das höre, sollte ich unter Wasser gehen. Und ich bleibe wirklich gerüttelt und kalt. Das ist richtig, son. Dann habe ich... Ich... Ich habe die Frau gesehen. Es ist okay, son. Geh deinen Zeit. Ja, trösten lieber nicht. Da kriegt er Angst vor meiner Hand. Die Frau... ...fell in. Aber... 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 Aber sie hat nicht ihren Kopf auf. Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte, sie würde mich auch runterziehen. Ich dachte... Weil... Weil sie... Weil sie... Und sie hat... Und sie hat... In den dunklen Teilen. Er... 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 Vielleicht jemand mit einer gespaltenen Persönlichkeit oder so. Sheriff... Did you hear anything else? No! Okay, ich glaube ihm. Er... 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 Ich will sie nicht. Aber wir müssen jetzt gehen. Bereit? Ja. Das ganze Ding ist total blöde. Und immer hat es. Ich meine, was ist das Job, wirklich? Zu halten von den Wald. Jack, ich weiß nicht, wo sie sind. Du bist eine Bar. Du solltest du darts haben. Und ich normalerweise bin. Aber wer weiß, wo sie nachdem, wo sie nachher gehen können. Kommt, Holly. Ich brauche Entertainment. Das wird gut. Entspann dich. Okay, okay, ich weiß, einfach relax. Ich bin nicht hier, um nichts zu beginnen. Okay. Frau White, ich habe gehört, dass du ein bisschen ein kranker Morgen hattest. Es war ein bisschen ein kranker Morgen für alle, ich denke. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing, it really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar, here, about you. I just need to talk to Holly. Privately. Alright, just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. He said it looked like Snow White. You sure it wasn't Tweedledum? Well, no, but he seemed pretty sure. Crane. Sorry. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Bigby, come on. You can't be so dumb as to... Jack, find the off button, now. What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around. But as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want anymore. Both of you, listen. Bigby, look. Two fables are dead. And shit, Gren's sister. Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it for many months. Hey, easy. Ah, fuck. What did I do? Go fuck on up a beanstalk, Jackie boy. Gran, you gotta learn some new lines. Let me tell you. Alright then. Actually, have there been any updates? Machen wir boots, Sam. Aber wir schauen uns erstmal den nächsten Buchantrag an. Wer ist Jack? Der wird jetzt nicht sehr nett oder wird ziemlich sauer auf uns sein. Jack hat sich immer etwas vor... Jack Horner sagt mir jetzt nichts. ...etwas vor, aber er ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Seine Pläne, schnell das große Geld zu machen, gehen oft nach hinten los, aber sein Selbstvertrauen bleibt trotzdem unerschütterlich. Er hält sich für die wichtigste Person in Fable Town, aber jeder kennt ihn hauptsächlich als harmlosen Besserwisser. Oh, dann haben wir es doch richtig gemacht. Verzieh dich. Ja, Holly. Die Frau, die wir gefunden haben in der Rive. Wer war es? 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 Wenn wir überhaupt nicht brauchen, wenn wir dich überhaupt brauchen, wenn wir dich überhaupt brauchen, wenn du einen Zahnarzt über sie über sie, über uns, sie könnte sich geholfen haben, sie könnte sich geholfen haben, sie könnte sich... Das tut mir leid, Holly. Holly. Get the fuck out of my bar. I just wanna... It should have been you. It should have been you, and it wasn't. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I... I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare and very old. That was decent of you. Grin. Yeah? Take off for a bit, would you? Are you sure? I don't know much about life. Honestly, we didn't talk often. She was lost here, in the city. She just got swept away by it. Do you have any idea why she'd be glamoured as Snow White? What? Oh, God. I'm sorry. That was probably about... Drugs. Ah, okay. She was looking. To pay down debt. It ate me up to see you that way. Ah, okay. That would be a good thing, man. That's a good thing, man. That's a good thing. You know, that shithole club. The pudding and pie. The owner Georgie with all these fucking fees. It's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. Holly, it's okay. If it's too much, we don't have to do this. Putting in pie? Putting in pie, huh? What do you know about the place? It's a real garbage dump. We can just go check it out. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Oh, my. Anything else you can tell us? I don't think so. Like I said, we didn't talk much. That's all right. You've been more than helpful. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, no. It's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise or... I don't know. Some old world shit will fuck your soul up. Of course. Okay. Let's go down to the business office and start making the necessary preparations. All right? That club? I'll go down there now. See what I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. Really? Thanks. It just made everything easier. And a new article in the book. We'll see you next time. I'm your Jojin. You're good. I'm... You're good.